Freunde, neues Projekt steht an. Wir bauen ein Trike. Und zwar habe ich dafür bei Ebay so ein kleines Dreirad hier erstattet. Da kommt jetzt der Motor rein. Also falls ihr nicht wisst, welchen Motor ich meine, diesen hier. Das ist einfach, ist in der Videobeschreibung verlinkt, dieser Ebert 6,5 PS Motor, den ich jetzt noch ein bisschen getunt habe. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Ding ein bisschen auseinanderschrauben. Mal gucken, was wir überhaupt da haben, wie das alles funktioniert hier und dann sehen wir weiter. Zwischenfazit. Wir haben von dem BMX die Lenkvorrichtung quasi auf das Gehäuse, auf den Frame von dem Dreirad geschraubt. Was irgendwie ziemlich gut gepasst hat, glücklicherweise. Und sieht echt cool aus. Ich glaube, es wird sick. Wir wollen jetzt dieses Mofa-Rad quasi vorne ran machen, damit wir ein cooles Rad haben. Allerdings ist das Problem, es ist zu schmal. Deswegen versuchen wir jetzt hier 2,1 Grad reinzusetzen. Quasi das nach außen zu biegen. Das machen wir jetzt. Wir haben jetzt quasi das Rad hier erstmal reingestellt und haben mal die Räder gemacht, so ein bisschen gefahren. In unser Insta-Story ist es übrigens. Folgt uns auf Instagram, ohne so welche Sachen zu sehen. Jetzt machen wir den Frame-Writer, das heißt erstmal schweißen wir quasi dieses Verbindungsstück hier, was extrem locker sitzt, erstmal fest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben gerade Post bekommen und zwar sind jetzt ganz, ganz viele Teile eigentlich alles angekommen. Ich habe jetzt inzwischen einmal eine Go-Kart-Achse mit Aufnahme für ganz normale Go-Kart-Räder. Ich glaube 10 Zoll müssten das sein. Ich habe eine Bremse bekommen mit einem Hebel und Hydraulik und allem drum und dran. Und ich habe tatsächlich auch noch einen Motor bestellt mit einer Ölfahrtkupplung und einem Anlasser. Habe ich gerade auf Ebay gefunden, deswegen dachte ich mal, hole ich mir das mal ganz normal. Das war zwar jetzt doch recht teuer, also insgesamt wieder so um die 300 Euro für alles. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Und das baue ich jetzt alles ein. Womit fangen wir an? Ich mache jetzt erstmal die Achse ready und versuche dann mal hier die ganzen Achsaufnahmen, also mit den Kugellagern, irgendwie an meinen Arm zu festigen. Mega geil! Ja! 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 Wir haben jetzt nach sehr, sehr vielen Stunden Arbeit es endlich geschafft, diese Aktie fertigzustellen und hinten schon mal zu befestigen. Diese Befestigungsmöglichkeiten haben wir dann auch alle selbst gebaut. Hält eigentlich ganz gut. Uns fehlen erst nur noch Schrauben. Der nächste Schritt ist jetzt der Motor. Den haben wir jetzt auch stundenlang auseinandergebaut und sowas. Der sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Allerdings hat der jetzt einen Anlass da dran und eine Ölfahrtkupplung. Das passt ja nicht an unsere alte Halterung hier rein. Deswegen bauen wir jetzt wie vorhin noch ein bisschen aus. Und bei der Gelegenheit machen wir direkt noch eine Festigung für den Tank hier. Ich will jetzt den Pferd und der anderen Hand in die Hand Opa. Ich will jetzt den Pferd. Und dann geht's jetzt alles zum nächsten Mal. Ich will jetzt den Pferd. Und dann geht's um mich. Ich will jetzt den Pferd. Ich will jetzt den Bautenzug von dem Gaszug hier oben am Motor befestigen, dazu habe ich ja schon ein kleines Video, welches ihr euch hier auch angucken könnt. Ich mache es jetzt hier ein bisschen anders, da der Bautenzug recht kurz ist, kann ich den nicht von hinten einführen, wie ich das in dem letzten Video gemacht habe, sondern muss den von hier von der Seite einführen. Dazu habe ich mir erst einmal eine kleine Feder gekauft für etwa 3 Euro, das ist diese hier, die dafür da ist, dass der Gashebel immer wieder zurückgezogen wird in die Nullposition sozusagen. Habe ich einfach hier vorne so eine kleine Schraube ran gemacht und hier das kleine Loch rein. Und jetzt werde ich einmal hier hinten noch ein kleines Loch reinbohren, um dieses Ende von dem Bautenzug hier zu befestigen und dann diese Bautenzug-Außenhülle hier irgendwie dran befestigen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber ich glaube mit irgendwelchen Löchern, die ich hier gleich reinbohre, dann drehe ich da Gewinde rein, dann kann ich es irgendwie festschrauben. Und jetzt habe ich hier noch so einen Sitz gebaut, da habe ich einfach so ein Holz zugesägt und das dann mit so einem Schaumstoff bespannt und so einer PVC-Planer sozusagen, der kommt jetzt hier oben drauf und dann noch so eine kleine Rückenlinie hinten dran und die befestigt dann so ein bisschen mit so einem Stahl hier hinten. Sitz-Test. Also habe ich jetzt einfach noch so eine Mofa-Bremse gekauft und weil die hinten jetzt nicht ganz rangepasst hat, da das ein bisschen zu eng war, bauen wir einfach vorne dran. Und dafür habe ich jetzt die einfach mal in die Bremsscheibe rangequemmt und dann die Bremse angezogen und mit einem Seil befestigt, sodass die einfach dort fest ist und dann können wir uns die ganze Apparatur zum Befestigen einfach dran schweißen und die Bremse bleibt dann an der richtigen Stelle. Wir bewegen uns, wir bewegen uns und wir bremsen. Schon da ist. Okay, wir haben jetzt die Bremse befestigt, funktioniert soweit. Wir haben das jetzt tatsächlich so, dass diese Bremse einfach an zwei Gewindestangen gehalten wird und die ist da recht locker drauf und die wird quasi in der Spur gehalten durch die Bremsscheibe. Wir haben die jetzt auch nicht weiter befestigt, aber die kann ja nicht runterrutschen, weil sie von der Bremsscheibe gehalten wird. Und jetzt sind wir fertig und können mal ein bisschen damit testfahren. Ne, wir bauen erst Fußstützen. Wir bauen noch Fußstützen dran und dann können wir damit testfahren. Jo, das war's mit dem Tribe Projekt. Wenn ihr noch mal sehen wollt, wie das sich so fahrmäßig verhält, dann abonniert gerne. Wir bringen noch mal ein cooles Fahrvideo raus. Ansonsten, cooles Projekt, äh, ciao. Wir werden euch gerne an. Wir machen uns im Whis Carla. Wir machen uns diese Haltung über chANT mal sehen. Tschbull. Vielen Dank.